Muskeln sind der Motor des Körpers. Ein Motor, der nur dann richtig funktionieren kann, wenn er durch ein gezieltes Krafttraining gefordert wird. Durch ein Training wie im Milon-Kraftzirkel. Ein gut ausgebildeter Muskelapparat schützt Gelenke, Bänder und Sehnen. Er hat positive Effekte für das Herz-Kreislauf-System, den Knochenbau und den Stoffwechsel. Muskeln sind zudem wahre Fettverbrennungsmaschinen, die nachhaltiger wirken als jede Diät. Im Milon-Kraftzirkel trainieren Sie die Muskeln des Oberkörpers, Rumpf und Beine in kurzen Intervallen mit hoher Intensität. 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause und Gerätewechsel. Die Vorteile der elektronisch gesteuerten Milon-Geräte kommen dabei voll zum Tragen. Von der automatischen Einstellung bis hin zur Führung der Bewegung. Dazu gehören auch innovative Trainingsarten wie die exzentrische Überhöhung oder adaptives und isokinetisches Training, die zur deutlichen Steigerung der Trainingseffektivität beitragen. Milon – Creating Happy Bodies Im Mäziger Im Mäziger Im Mäziger